Ich bin ein bisschen zufrieden, aber ich bin ein bisschen zufrieden, aber ich bin ein bisschen zufrieden. Wenn du immer dieselben Angriffe nimmst, muss dein Gegner ihnen auswählen. Variiere Angriffskombinationen, dann bist du nicht so berechenbar. Achte genau darauf, wie dein Gegner steht und was er vorhat. Durchbrich seine Abwehr mit gezielten Angriffen.